Jungs, ihr seht so knusprig aus und so zart. Wenn ihr nicht Lachs seid, dann könntet ihr auch ein Aal sein, so aalglatt. Aber wo sind eure Eltern? Wo sind die denn bloß? Gibt es hier eigentlich in Aschaffenburg auch was zum Angeln? Ein Zeichen, wir folgen dem Fisch. Das ist er. Das ist er. Mensch Dieter, du musst mir mal helfen, du weißt du. Aber wenn du die Mütze abnehmen würdest, könntest du der Vater sein. Alles klar, Papi, danke. Ich such weiter. Wollen wir mal schauen, ob wir noch ein paar Kollegen von dir finden. Ich komme der Sache auf die Spur. Ich glaube, wir sind kurz davor, den richtig guten, funkier Klau zu machen in Aschaffenburg. Nun komm mal ran hier zum ersten Fisch-See-Test. Herzlich willkommen in Aschaffenburg. Können Sie den Fisch erkennen? Fisch! Puh, Fisch-Stufe macht echt hungrig. Bedienung für die Nummer 3. Fischteller, bitte. Bitte schön. Und damit habe ich nicht gerechnet. Schon wieder Aschaffenburger Fisch. Wolle. Moin, moin. Wolle sind ne Fischkaufe? Das ist für Räucherfisch. Und du hast ja gerade ne Zigarette am Stab, ne? Hast du schon mal Räucherfisch gegessen? Geh räucherte Fisch. Und wenn ihr wissen wollt, wie man in Aschaffenburg ne richtige Flunder zubereitet, man braucht sowas, das ist ne Pfanne und dann sieht's so aus. Land in Sicht! Ich glaub, ja, hier bin ich richtig. Mann, ist das cool! Hier im Kulinarium, das ist ja wie im Aquarium. Ich glaub, hier kommen in Aschaffenburg alle Fische her. Hoffentlich kenn ich hier mal einen Friseur, der hat was gegen Schuppen. Ahoi! Wir haben ihn gefunden, den Friseur und meinen Kollegen Fischer Hans. Und Fischer Hans braucht im Gegensatz zu meinen Kollegen nix gegen Schuppen. Ich bin am Ziel und jetzt brauch ich nur ein bleibendes Erinnerungsstück hier an Aschaffenburg. Ich muss sie einfach mal fragen. Das Mädelchen hier im Tattoo-Shop. Das ist meine Vorlage. Kannst du mir das auf die linke Pobacke tätowieren? Klar! Wow! Alles klar! Sensationell! Und Fisch macht geil! Frohes Fest! Toller Fischzug, hat sich echt gelohnt! So viel ist uns heute ins Netz gegangen. Und das nur, weil die Schüler vom Friedrich-Dessau-Gymnasium so super toll mitgemacht haben. Also, Dankeschön dafür! Oh Kinder, es ist so schön hier! Fisch Ahoi! .